Seine Versicherungen selbst zu verwalten ist meist gar nicht so leicht. Du hast jede Menge Papierkram zu bewältigen, weißt meistens nicht, welche Versicherungen du wirklich benötigst, musst den Verkäufern also einfach vertrauen, auch wenn sie dir alles verkaufen könnten. Oder du musst eine Maklervollmacht unterzeichnen, bevor du weißt, was dir geboten wird. Das alles macht es sehr unübersichtlich und schwierig, sich richtig zu versichern. Wir Finanzritter lösen diese Probleme für dich. Finanzritter macht Versicherungsberatung und Management einfach und intuitiv. Lade dir unsere App herunter und gehe anonym durch den interaktiven Fragebogen. Am Ende kannst du deine vorhandenen Verträge eintragen. Zu diesem Zeitpunkt brauchen wir keine Vertragsdetails. Sag uns einfach, was du schon hast und was du dafür zahlst. Dann bekommst du sofort Zugriff auf deine Vertragsübersicht. Unsere Software analysiert nun deine persönliche Situation und erstellt deine individuelle Versicherungsstrategie. Die Software findet automatisch die für dich am besten passenden Tarife am Versicherungsmarkt und die Ergebnisse werden dir in einem Ampelsystem in deine Vertragsübersicht eingespielt. Somit siehst du auf einen Blick, falls dir eine wichtige Absicherung fehlt, wie wir deinen Versicherungsschutz optimieren können, damit du zum Beispiel Geld sparst oder ob du bereits optimal abgesichert bist. Und hier ist der Deal. Bis zu diesem Punkt bist du uns gegenüber vollständig anonym. Aber wenn dir unsere Lösung gefällt, ist es nun an der Zeit, unser Kunde zu werden, deine persönlichen Daten zu ergänzen und unseren Maklerauftrag zu unterzeichnen. Von da an übernehmen wir für dich die komplette Vertragsabwicklung. Die Software überprüft laufend deine Situation und falls sich irgendetwas ändert, zum Beispiel dein Familienstand oder der Versicherungsmarkt, passen wir deine Versicherungsstrategie automatisch an. Du musst dir also nie wieder Gedanken über deine Versicherungen machen. Um uns zu kontaktieren, kannst du uns einfach anrufen. Oder besser noch, unseren In-App-Chat nutzen. Und aufgrund unseres On-The-Go-Schadens-Services ist die Abwicklung deiner Schäden einfacher als je zuvor. Mach einfach ein Foto von deiner Situation, teil uns kurz mit, was passiert ist und wir kümmern uns um die Schadensabwicklung mit dem Versicherer. Lade dir noch heute unsere App.